Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Vega auf der Midlane. Ja, mit dem neuen Skin natürlich auch gleich. So, der böse Weihnachtsweiger habe ich ja letztens im Hextech gezogen. Ja, und des Weiteren bei mir im Team Yawan auf der Toplane die Sin im Jungle. Ich mit Vega auf der Midlane. Dann Twitch als ADC und Braum Support. Im Gegnerteam haben wir Eloi auf der Toplane, Volibear im Jungle, Echo auf der Midlane, Xayah als ADC und Sona Support. Okay, mal gucken, was die treiben. Oh, was für Proleten. Okay, wollen wir mal gucken. Gegen Echo. Einfach versuchen zu farmen. Zwei, eins. Ja, beide gekriegt. Schön. Oh, kann's weitergehen. Immer schön versuchen mit der Q zu farmen. Na. Wollte ich ihn noch mitnehmen und erwische dabei gar nichts. Ja. Leichte Lacks. Man sieht's. Habe ich aber öfters, seitdem es den neuen Klienten gibt. Wow, der hat gesessen von ihm. Ja, First Blood für unser Team. Das sehen wir gerne. Double Kill. Das sehen wir noch viel lieber. Oh, muss ich aufpassen. Ach. Ja, wenigstens überhaupt den Farm kriegen. Okay. Okay. Okay, da kommt ein Teleport. Echo spielt auch mit Teleport. Dreimal Teleport im Gegnerteam. Das ist echt krass. Ah, ich nehme Heiltränke mit. Ist egal. Oh. Der Auto-Attack hat zu lange gebraucht. Ich habe sie gar nicht gekriegt. So ist es, Burschi. Soll ich schon die Q maxen? Gehe ich hier mal worden? Ne, er ist doch noch da. So, gut, dass ich genug Kekse mitgenommen habe. Oh, Leute. Ich rüpfe bei den großen Cannon-Minion. Okay, okay. Wir farmen das irgendwann nochmal. Gut, dass ich so schön viele Kekse mit habe. Keine Ahnung, woher hin ist. Oh, da ist er wieder. Gut. Jetzt gehe ich auch mal schnell back. Schauen wir es vom Farmer aus. 40. Ich fliege leicht vorne. Aber nur leicht. Oh, kein Mana. Boah, und da ausgerechnet Leck drin. Kann doch nicht wahr sein. Still los. Aber wir haben den Drake. Nice. Ja, unterm Tor formen wir es echt nicht meins. Jetzt ist er erst mal back hier. Ich brauche mehr Mana weg. So. Und dann gehen wir schon mal auf Sonja. Ist so leicht. Und da ist der Echo. Jetzt dürfte er im Farm vorne liegen. Ja. Ja, vielleicht muss ich doch mehr mit der Weh noch fahren. Hauptsache den Farm bekommen. Sechs kriegt später schon irgendwie zusammen. Ich brauche ihn. Das ist aber schon wieder ein Mist. Wieder Teleport. Ich bin nicht mehr dran. Ich bin nicht mehr dran. So. 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 Weil er da unten ist, kann ich hier erstmal ein bisschen was machen? Na toll. Hat er mich gekriegt. So, reicht aber gleich für meinen Morello. Okay. Go, go, go. Ich brauch Farn. Soll, Gegner haben dann. Oh, was ist da los? Ah, das wird nicht mehr getroffen. So, okay. Aber trotzdem, guter Teamfight, denke ich. Oh, aufpassen. Schade, nicht ganz dran gekommen. Schnell in die Base. Echo ist auf Bord. Halt. Ja, jeder auf seine Lane, das wäre mal eine Maßnahme jetzt. Oh. Warum lebt da extrem gefährlich? Boah. Hab alles rausgebrezelt, was ging und ganz knapp nur überlebt. Loy. Schneller. Okay Ein Triple Ich denke, das war nicht schlecht So, gehen wir trotzdem weiter auf Sonjas erstmal Ja, das war gut Hat mich wieder ein bisschen weiter ins Spiel gebracht Das ohne Ult Jetzt muss ich kurz warten Damit ich auch schön meinen Stack bekomme Naja, kommt raus Alles cool Oh Das war der Ballin Waaah Alter Und komm Er kriegt ihn Jawohl Ja, da musste mir auch einer ein bisschen helfen gegen den Jawohl Twitch zerlegt so ein Tor natürlich sehr schnell Er lässt ihn mehr und Dankeschön Und go Wäre ja mal eine schöne Sache hier Also Ich mach keinen Teleport leider. Das zieht zu viel Energie ab. Wenn ich hier jungling gehe, hab absolut keinen Lifestyle mitgenommen in diesem Bild. So, und jetzt gehen wir auf Rabadons. Ich freu mich schon wieder auf die Teamfights. Nur die Xayah, die müssen wir irgendwie unter Kontrolle halten. Hat zwar auch erst 6 Kills, aber gerade an mir macht die natürlich einen Haufen Damage. Oh, wir haben viele Flashes. Ich wollte in Sonyas, verdammte Axt. Naja, dafür kann Twitch unten durch. Okay, das sieht gut aus. Fahre ich gleich mal auf die Topline. Und hier sollte man sich dann auch schön Zeit lassen. Alles mitnehmen. Klingelingeling, Klingelingeling. 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 Oh, Gegner geben auf. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe das Game hat euch gefallen. War nicht allzu spannend. Einen schönen Viertel hatte ich. Ansonsten nicht viele Aktionen. Und wenn es euch gefallen haben sollte, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram. damit es euch gefallen hat. Ich hoffe das Video. Also, ihr wisst euch, medo. Oh, das war. Ich hoffe das Video. Vielen Dank.